Nur mit dem linken Fuß einsteigen oder was? Ich glaube, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Das weiß ja wirklich keiner über mich. Bitte, Benita. Benita, du erzählst es nur mir und ein paar anderen Leuten. Das hört uns ja kaum einer zu. Hey, Annika. Na, hast du mich vermisst? Benita. Benita, du bist wieder da. Es ist sehr, 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 sehr schön, dass dein Urlaub jetzt beendet ist. Also es tut mir für dich natürlich leid, aber dass du wieder hier bist. Ja, mir tut es auch ein bisschen leid für mich. Aber na ja. Irgendwann endet auch der schönste Urlaub. Aber ich bin auch irgendwie ein bisschen froh, es ist schon wieder schön zu Hause zu sein. Ja, was natürlich ein bisschen schade ist. Also es ist schön, dass du wieder da bist, aber so ganz zusammen sind wir leider noch nicht, weil du ja noch irgendwie in Sicherheitsverwahrung wirst du gerade sagen, dass du in Sicherheitsquarantäne bist. Ihr wisst ja, wie wild ich bin. Wir haben mich einfach mal in Sicherheitsverwahrung gesteckt. Nein, wir machen hier einfach Safety first und bevor mein Test nicht zurück ist, nehmen wir nochmal getrennt auf. Genau, deswegen ist jetzt Benita bei sich und ich bei mir und wir nehmen aber natürlich trotzdem so gefühlt irgendwie zusammen auf. Genau und damit herzlich willkommen zum Köln 50667 Podcast mit Annika und Benita. Hallo! Meine Güte, das fühlt sich an wie Homecoming. Ja, fühlt sich wirklich echt, echt verrückt an. Auch wenn wir den ja irgendwie trotzdem aufgenommen haben. Wir haben ja nur eine Woche Pause gemacht, aber naja, es war trotzdem was anderes. Jetzt sitze ich halt nicht in meinem Busbett, sondern in meinem richtigen Bett. Genau. Ihr kriegt heute eine Folge straight out of bed. Ja, so kann auch mal passieren. Genau. Und ich hatte ja im Urlaub meine Deinzigartig-Flasche dabei und ich bin immer noch so unfassbar froh darüber. Ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt. Schon praktisch, ne? Ja. Deinzigartig sponsert ja diesen Podcast und ich sage es euch, Leute, diese Flaschen sind so praktisch, wenn es heiß ist, weil die Getränke einfach kühl bleiben. Das ist so viel wert. Man denkt es ja gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel an See gefahren bin, habe ich voll oft so ganz normale Flaschen halt dabei. Dann wird das Wasser immer so warm und das ist doch nicht geil einfach. Und dann denkt man, man muss alles sofort trinken. Und mit Deinzigartig bleibt das zwölf Stunden kühl. Oder warm. Naja, und vor allen Dingen, du hast ja auch mit Namen drauf. Und ich meine, das ist natürlich gerade bei so einem Surfcamp, ganz ehrlich, da gibt es wahrscheinlich, ja gut, Benita. Benita ist natürlich einzigartig, aber ich sage mal, es gibt sicherlich Namen, die da öfters kommen. Ja. Vorkommen, ja. Und dann ist es natürlich sehr viel praktischer, wenn du einfach weißt, okay, das ist wirklich meine Flasche. Und gerade in Zeiten wie diesen gerade ist es vielleicht auch gut, wenn man wirklich weiß, dass es meine Flasche ist. Ich trinke aus meiner Flasche und nicht irgendwie alle anderen auch. Genau. Das ist absolut richtig. Deswegen Leute, auf zu Deinzigartig. Schaut euch die tollen Sachen an. Personalisiert sie euch schön mit eurem Namen oder mit was immer ihr haben wollt. Und dann mit dem Podcast-Code, also der heißt tatsächlich Podcast-Code, kriegt ihr auch immer noch Prozente. Also deswegen Hoppigaloppi zu Deinzigartig. Oh, ich habe es vermisst, dass du Hoppigaloppi sagst. So, Annika, weißt du was, du kannst dich jetzt mal entspannt zurücklehnen, weil ich werde mal wieder... Danke, du machst die Wochenzusammenfassung. Ja, ich mache die Wochenzusammenfassung. Nach drei Wochen. Meinst du, ich kann es noch? Ich bin ganz fest davon überzeugt, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Okay, na dann lege ich mal los. Also, Maike und Vince, den ich ja jetzt zum ersten Mal live gesehen habe, sind praktisch am sich kennenlernen. Sogar Ben lernt ihn kennen und Vince sucht eine Wohnung. Und Maike hilft ihm dabei und im Endeffekt schafft sie es, dass er bei Jan entziehen kann. Sie muss dafür zwar für ihn bürgen, aber das macht sie mal so eben unter der Hand weg. Und er hat eine Wohnung und trotzdem will er sie irgendwie nicht küssen und haut sogar von ihrem Date ab. Warum nur? Oskar und Sam, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich dieses Drama drei Wochen verpasst habe, weil Oskar ist ja am Anfang ziemlich frech. Zu Ben und allen. Sie schwänzen die Mathe-Klausur und dann klaut Sam einen Schlüssel für eine Villa und sie brechen da ein und werden natürlich erwischt und dann passiert, was passieren muss. Wie du letzte Woche schon angekündigt hast, sie überfahren aus Versehen den Villa-Besitzer Gott sei Dank überlebt er aber. Das war wirklich krass, aber Gott sei Dank überlebt er und nachdem sie sich ein bisschen versteckt haben, kriegt Oskar doch ein sehr schlechtes Gewissen und er wird ja dann auch noch verprügelt und Luca und Cleo finden ihn und bringen ihn zurück zu Ben und Cora natürlich und er sieht es endlich ein und ich bin so froh, dass ich an dieser Stelle wieder einsteige, wo er einsieht, es war scheiße und er stellt sich der Polizei und steht gerade und versöhnt sich mit seiner Familie und mit Luca und Cleo. Samantha, die ist aber noch nicht so ganz durch mit der Sache. Olli hat eigentlich ein Date mit der Ente, Ivana. Die ist eine mega Barbie und steht auch total auf ihn, aber so richtig ist sie dann halt doch nicht, die Ente stellt sich dann raus und Olli ist natürlich wieder total enttäuscht, aber natürlich kann er trotzdem noch mal Sex mit ihr haben vorher, das ist kein Problem. Stella und Kiki, ja, Kiki habe ich ja jetzt auch mal in Persona gesehen, ich habe sie mir ja vorher nur mal auf Instagram angeschaut, das ist ja eine absolute Psychotante, die Stella irgendwie die ganze Woche versaut, die erst mit der Kundin, wo sie so tut, als wäre sie Stella und dadurch Stella praktisch den Auftrag versaut, dann trifft Stella sich mit ihren Eltern, Kiki will unbedingt mit und will dann auch, dass das ihre Eltern irgendwie sind und dann versucht sie auch noch Diego zu küssen, ich meine Entschuldigung, ich kann Stella verstehen, die ist eigentlich sehr sauer und Kiki reagiert aber wirklich ziemlich psycho und drückt eine Zigarette auf einem Foto von Stella aus. Das ist so bitter, also als ich das gesehen habe, echt so, wow. Und zack, sie will Stellas Leben klauen, wie krass. Sophia und Jan haben endlich den Befruchtungstermin, es haben nur zwei Embryonen geschafft, zu überleben, aber die werden Sophia eingesetzt und jetzt hofft sie natürlich, dass sie schwanger ist. Naja, Freddy und Jill sind da geteilter Meinung, ist sie schon schwanger, ist sie noch nicht schwanger, sie versuchen es auf sehr lustige Art rauszufinden und Sophia hat Gott sei Dank die Hilfe von Jan und Marc, um sie ein bisschen zurückzuverarschen, sehr lustig und generell ist Freddy diese Woche ein bisschen auf Jobsuche, weil er ein bisschen mehr Geld verdienen möchte und deshalb ins Vanity wechseln will beziehungsweise auch zusätzlich noch ein bisschen ins Vanity will und Nick hilft ihm dabei, leider ist der Konkurrent von Freddy dann doch ein ganz cooler Typ und nachdem sie ihn ausgestochen haben, legt Nick doch noch mal ein gutes Wort für ihn ein und der Paco, wie er heißt, bekommt dann auch einen Job und der scheint Nick sehr dankbar zu sein. Ja. Schön, schön ausgedrückt, sehr dankbar, ja. Ja? Genau. Ja, das war's, oder? Das war's, dann lass uns einsteigen, wo fangen wir an? Ja, am Anfang. Lass uns über die Love Story reden, weil ich finde es ja irgendwie Michael und Vince süß. Oder welche meinst du? Michael und Vince. Finde ich ja echt. Michael ist schon verliebt, ganz ehrlich. Michael ist doch, Michael ist doch in love, wenn wir mal ehrlich sind. Auf jeden Fall ist Michael in love und ich muss auch sagen, ich konnte mich diese Woche am Anfang sehr gut mit Vince identifizieren, weil der sucht ja eine Wohnung und ich hab doch auch gerade eine Wohnung gesucht, ich hab's ja hier erzählt. So, I feel your struggle. Ja, und ich hab jetzt auch eine. Mensch, dann könnten Vince und du quasi jetzt erstmal auf die neuen Wohnungen anstoßen. Genau, das könnten wir jetzt machen und wir zwei können da dann auf jeden Fall mal den Podcast aufnehmen. So richtig neue Location mal für uns. Ah, das klingt wahrscheinlich ganz anders. Aber, also, das Ding ist, man braucht ja tatsächlich einen Bürgen, wenn man zum Beispiel, wie ich, noch studiert oder wenn man noch keinen, oder wenn man keinen festen Job hat, so wie Vince. Und, ähm, in meinem Fall bin ich sehr dankbar, an der Stelle, danke Papa, dass er das erledigt und Vince hat anscheinend keinen Papa, der das für ihn machen will, also muss das die Maike übernehmen. Und das finde ich sehr gewagt bei jemandem, die sich, die kennen sich ja schon erst sehr kurz. Naja, klar, aber wiederum, vor allem, also du musst ja dazu sagen, das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil natürlich ja eigentlich, ähm, also ich glaube, wenn der das wüsste, dass Maike das macht oder auch nur vorgeschlagen hat oder in Erwägung gezogen hätte, ich glaube, er hätte sofort gesagt, no, nee, das machst du gewiss nicht. Ich glaube, er weiß das gar nicht, dass das eben, also, dass das nur nicht ausreicht, dass man sagt, ach so, ja, weil du so nett bist, darfst du einziehen hier. Ja, das stimmt. Das funktioniert leider im echten Leben nicht. Aber, also sie, Maike hat es ja nur gemacht, also ohne sein Wissen. Wobei man ja auch sagen muss, tatsächlich, dass, äh, das habe ich irgendwie nicht verstanden, ne? Jule war super streng, aber, ganz ehrlich, da zieht doch dauernd jemand ein. Ohne Bögen. Hatte Tom Bögen? das wissen wir ja nicht. Vielleicht. Vielleicht Eltern, von denen wir noch gar nicht wissen. Ja, aber, das fand ich schon, oder auch Jill und so, da war ich dann so, wow, Jule, willst du nicht, dass wenn es kommt? Ja gut, aber Jill ist ja nur das, Jill wohnt ja praktisch nicht, sozusagen, als Mieterin da, sondern das ist ja praktisch nur die, 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 die Bettsharerin von, von Freddy. Ja, das stimmt, aber trotzdem war das für mich irgendwie so, naja, komisch irgendwie, dass sie da plötzlich so streng war. Ich hatte das halt einfach noch nicht so erlebt, ne? Dass die so streng ist. Außer ganz früher, als sie da selbst irgendwie wieder zurück in ihre Wohnung ist und da so viele Leute gewohnt haben, ganz in, Jules Anfangszeiten. Ja. Aber, naja, nichtsdestotrotz. Naja. Aber hat ja jetzt geklappt? Es ist ja schön, dass er eine Wohnung hat, ja. Ja, es hat geklappt und Maike ist so krass fasziniert, dass sie irgendwie, immer wenn sie ihn sieht, finde ich, so ein bisschen keine Aussätze hat. Ja, das stimmt. Und vor allem das mit dem Hocker, das sah auch für mich sehr gefährlich aus, als sie mit dem Hocker versucht hat, die Box zu reparieren und da drauf stand, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, sowas fällt schon unter Betriebsunfall. Das habe ich schon kommen sehen. Ja, aber er fängt sie. Und hat sie aufgefangen und alles ist gut. Ja, aber ich dachte, er fängt sie so richtig, weißt du, so, dass er sie so richtig in seine Arme fällt, so Hollywood-mäßig. Aber leider ist sie doch auf den Allerwertesten gefallen. Ja, das stimmt. Ja, Mensch, Was hat dieser Vince eigentlich für einen Dreck am Stecken? Ich weiß es nicht. Also vor allem, ich frage mich ein bisschen, also, man hat ja in der Vorschau schon gesehen, dass irgendwelche Schläger plötzlich nächste Woche ins Kühnen kommen, ob die was damit zu tun haben oder ob das einfach nur ein dummer Zufall ist. Aber irgendwie hat er, er geht ja nicht so, er ist letzte Woche nicht zur Polizei gegangen. Er, es erstaunt mich auch ein bisschen, dass da irgendwie nie Rückfrage kam, aber sei es drum. Und eben sozusagen mit dem Job komisch, er wohnt irgendwie in seinem Auto, irgendwie, er sieht irgendeinen Typen ins Kühnen kommen, muss sofort fliehen. Also irgendwie, irgendwie ist da irgendwas ganz komisch. Auf jeden Fall. Du musst mal überlegen, dass, der Typ, als er diesen Typen gesehen hat, ja, dass er sich ja richtig, also er ist ja richtig geflüchtet, so, das machst du ja nicht, wenn du keinen Bock auf jemanden hast. Nee, das stimmt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er mag Maike auch. Richtig, das glaube ich auch. Er würde auch gern, bloß ich glaube, er will sich nicht so ganz fest binden, vielleicht, weil er so das Gefühl hat, er muss vielleicht bald auch wieder ganz aus Köln weg oder sowas. Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie ihn auch ein bisschen mehr mag, als er sie und er vielleicht auch sie ein bisschen ausnutzt. Glaubst du? Ernsthaft? Oh nein, das hoffe ich nicht. Ich hoffe es auch nicht, aber ich könnte es mir trotzdem irgendwie vorstellen. Oh, das wäre ja total traurig. Auf sowas bin ich gar nicht gekommen, sondern ich habe mir nur gedacht, er traut sich vielleicht nicht, weil er halt irgendwie gerade so privat so Struggle hat. Ja, vielleicht hast du da ja auch recht, aber vielleicht nutzt er das auch aus. Oh nein. Maike finde ich es, ich fände es so schade, weil ich finde sie ist so happy und mich freut es voll, sie so happy zu sehen und da würde ich gerne haben, dass das irgendwie gut wird, aber irgendwie will ich immer, dass es gut wird. Ich merke schon, das ist irgendwie ein Muster. Ich mag die auch, die Maike und ich bin auch irgendwie, ja, ich bin auch ein Fan, ne? Deswegen, mal schauen, aber ich würde immer, ich wäre immer vorsichtig mit hübschen Männern, die in ihrem Auto wohnen und das wäre so mein Lebenstipp. Vorsichtig mit hübschen Männern, die in ihren Autos wohnen, ey. Du hast ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen, also bist du jetzt so, also weil du sagst, so hübscher Mann, also so, er ist jetzt nicht mein Typ, so. Okay. Also, ich, der ist jetzt nicht so, nicht so ein Danilo, ne? Für mich. Ne, aber er hat was. Irgendwas, ich finde, er hat, ich finde, ich finde ehrlich gesagt eher, also, das soll jetzt nicht böse klingen, also, ich finde auch, er sieht ganz, gut aus, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, oh mein Gott, schönster Mann der Welt, aber der hat so ein, der hat so eine Art, die, finde ich, ihn total attraktiv macht. Ja, das stimmt, der ist ganz schön charmant, auf jeden Fall. Ja, und irgendwie so, ach, das ist schon so, ach, netter. Ich bin immer mal gespannt, ob wir uns noch ein bisschen verlieben in die Rolle. Ja. Wäre ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Nein. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu deiner großen Liebe, Oscar Baby. Ja, bitte, zu. Oscar Baby. Ja. Also, aber was ist denn da die Woche los? Also ganz, also da müssen wir reden drüber, weil so ganz, also diese Schwankungen innerhalb von 24 Stunden, die gehen mir immer ein bisschen zu schnell. Ja, das finde ich auch total krass, weil, ich meine, am Anfang schwänzt er wirklich noch die Schule und er ist ja wieder saufrecht zu bänden. Da wollte ich dich noch fragen, hä, wann hat sich denn deren Verhältnis wieder so verschlechtert? Die waren ja eigentlich wieder ganz gut miteinander, als ich in den Urlaub gefahren bin. Ich habe ihn doch entlassen mit einem guten Gewissen. aber nee, das ist dann ganz schlecht wieder geworden, weil er dann halt doch irgendwann irgendwie, ich meine, Oscar ist halt einfach Oscar, das ist so, ich meine, da braucht ja wirklich nur irgendwas kommen und irgendwie sofort hatet der den voll wieder, aber genau deswegen finde ich es irgendwie umso absurder, dann passieren diese schlimmen Sachen, irgendwie er bricht dann mit Sam in dieses Haus ein und dann beim Flüchten fahren sie halt den Besitzer um, was also eine Hardcore-Situation für die ist. Das ist wirklich krass. Ich meine, man muss natürlich, also zur Verteidigung, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, sagen, aber er hat ihn ja nicht umgefahren, weil er ihn umfahren wollte, sondern einfach, weil sie schnell weg wollten und der springt halt plötzlich aus dieser Hecke da raus und eins kommt zum anderen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Ben wäre, würde ich langsam mal meine Erziehung hinterfragen. Nelly macht Lea LSD ins Bier und bringt sie ins Krankenhaus. Jetzt bringt das nächste Kind jemanden ins Krankenhaus. Ich würde mich echt langsam mal fragen, was ich bei meinen Kindern falsch gemacht habe. Ich glaube, das macht Ben nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Der ist ja dann auch immer gleich wieder so stolz, oh, du willst für deine Fehler einstehen? Oh, ich bin so stolz auf dich, Brudi. Da ist man nicht stolz, da ist man trotzdem erstmal streng. Ja, und vor allem, ich finde das eben, ich finde es ein bisschen komisch eben dann, dass dann Oskar plötzlich so mega schnell geläutert ist. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er irgendwie sagt, hey, ich verarsche die bloß, weil, weiß ich nicht. Ja, hast du? Von jetzt auf gleich, naja, so ein bisschen, weil so ein bisschen so wie Sam, also ich weiß nicht, ich habe einen Oskar schon, ich unterstelle ihm schon fast, oder ich würde schon erwarten, dass er auch so durchtrieben ist, wie so eine Sam, die so sagt, hey Oskar, rette mich. Dann so, boah, Männer sind so berechenbar. Hart, die ist schon hart drauf, die Frau. Wow. Die Sam ist wirklich extrem hart. Sie will ja auch wirklich, also gar nicht, dass Oskar zur Polizei geht oder dem Typen helfen. Oskar hat ja da schon gehadert, so sollen wir da bleiben und gucken, was mit dem Mann passiert. Und sie war so, nein, nein. Also die ist schon mit allen Wassern gewaschen, sagt man ja so, ne? Ja. Aber also, ja, wir wissen halt auch, die hat schon, glaube ich, auch echt ernsthafte Probleme und, was ich aber auch ein bisschen witzig fand, war ja dazwischen, war ja ein bisschen diese Lea-Cora-Story. Also, du hast mir ja schon erzählt, okay, Lea hat nicht so Bock auf dieses, dass die jetzt so auf Happy Family machen, aber Lea sagt, weil sie fünftes Rad am Wagen ist, klar. Genau, aber Lea sagt so zu Ben, ja, mach dir keine Sorgen, Oskar ist doch öfter schon weg gewesen und Cora will die Polizei anrufen und es ist für mich so, ich liebe dieses Passiv-Aggressive. Ich finde es so, wie die beiden sich so untereinander in dieser Riesen-Story irgendwo ein bisschen betteln, finde ich total unterhaltsam. Ja, also, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. ich meine, Lea hat da, glaube ich, die absolut schwierigere Position, weil natürlich, klar, Cora hat einfach einen fixen, festen Platz als die Mutter. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, gerade wenn das Kind natürlich so ein Problemkind ist, wie Oskar gerade, dann ist eh der Fokus da total drauf und dann ist natürlich sozusagen Lea einfach außen vor und ich glaube, das ist schon ein schwieriges Gefühl. Ja, vor allem, weil Cora halt wirklich die ganze Zeit drauf rumreitet, dass sie keine Kinder bekommen hat. Ja, und das ist fies. Und das ist halt auch wirklich fies und das sollte man auch nie machen, weil Lea ist ja jetzt zum Beispiel so, dass sie schon mal ein Kind verloren hat und du weißt das halt nie, warum die Leute keine Kinder haben. Eben, genau, und dann kannst du nicht sagen, du kannst es nicht nachvollziehen, weil du keine Kinder hast. Das ist daneben. Genau, du weißt das nie, ob das freiwillig ist. Und auch wenn, das ist halt eigentlich was, wo man sich einfach nicht einmischt bei anderen. Also generelle Frage, was hältst du von der Cora? Kann ich noch nicht, ich weiß nicht, ich bin noch so ein bisschen unschlossend, dadurch, dass sie immer nur sozusagen sich um Oskarsorgen macht permanent. Also sehr viel mehr erleben wir von ihr ja noch nicht. Okay, ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn jetzt irgendwie diese Oskar-Problematik mal vielleicht wieder ein bisschen sich geglättet hat, dass sie wirklich auf die Idee kommt, dann vielleicht doch wieder Ben gut zu finden. Und dann, glaube ich, wird es richtig krass, oder dann könnte es richtig krass werden, weil ich glaube, dann wird Lea wieder Lea, wie sie im Lea-Buch steht. Und zwar so richtig mit Krallen und allem, was dazu gehört. Da bin ich aber Team Lea, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, ich auch, ganz ehrlich, weil das ist jetzt so ein bisschen, ich finde es schon sehr einfach. Ich meine, ganz ehrlich, Cora hat sich jahrelang nicht um ihren Sohn gekümmert. Jetzt sie plötzlich wieder so da und die Supermuttie, wo ich mir auch denke, naja, ganz ehrlich, also vielleicht denkst du mal drüber, nach, dass du es in den letzten Jahren vielleicht auch verbockt hast, weil du dich nie gekümmert und gemeldet hast und jetzt bist du plötzlich da und willst hier da sein und irgendwie die, so die beste Mama von der Welt sein. Na ja, also das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen einen schwierigen Ansatz. Das finde ich auch komisch. Und genau, wenn sie jetzt dann auch wirklich was von Ben wollen würde, würde ich mir sagen, jetzt ist aber gut, jetzt geh wieder nach Amerika und tschüss. Ich glaube, das denkt sich die Lea auch. Das denkt sich die Lea auch? Vielleicht hat sie schon heimlich so ein Ticket gekauft. Wahrscheinlich, aber nur one way. Nur one way, leider. Ach, sorry. Ich habe leider gar keinen Rückzug eingetragen. Ah, dumm. Und, was ich halt auch witzig fand, dann kam ja, dann hat der Oskar, wie du gesagt hast, schon eine sehr krasse Wendung gemacht und war dann plötzlich so, mir tut das alles so leid und ich will mich ändern, ja. und war auf dem Weg zur Polizei und Sam kommt und stellt sich ihm in den Weg und sagt, was machst du denn, du Idiot? Und Oskar hat ja wirklich gesagt, das habe ich nicht richtig verstanden, der echt gesagt, jetzt pass mal auf, Püppchen. Ja, und vor allem, weißt du, er hat dann gesagt, pass mal auf, Püppchen. Ich liebe meine Familie, wo ich mir dachte, ey Oskar, jetzt ist aber auch ein bisschen wild, was du dir so von dir gibst. Also, gestern noch sagen, dass dein Vater der größte Arsch der Welt ist und dann am nächsten Tag sagen, ja, genau, entgegnerst du dir, liebe ich meine Familie. Ja, und was ist außerdem mit Püppchen? Wo sind die zehn Jahre dazwischen, die ich nicht mitbekommen habe? Ja, echt so, da hatte ich auch das Gefühl, ich war viel länger im Urlaub dann. Aber ich habe das ja gesehen, wie er sie noch gehasst hat, also war das echt irgendwie komisch. Und natürlich, als am Ende Sam so tut, als würde es ihr unfassbar schlecht gehen, ist Oskar trotzdem für sie da. Also man sieht schon immer wieder, er hat halt guten Kern. Aber er ist auch sehr naiv. Ja, er ist naiv, ja, aber auch sehr lustig, weil ich finde so, die beiden, also Sam und Oskar, tun manchmal so, als wäre zwischen 17 und 18 gefühlt so der absolute Gap. Mit 17 ist man auch total unsinnig, unreif und sonst was. Mit 18 plötzlich, alles hat alles total irrelevant, was man macht und ist ganz anders. Das ist ja echt so. Weil sie so, ich bin ja auch schon 18, so, ah ja, natürlich, okay, jetzt verstehe ich es, okay, na dann, also, na ja. Du hast voll recht. Ich meine, ich glaube, selbst bei Jugendstrafrecht ist ja, glaube ich, nicht nur das Alter relevant, sondern auch die geistige Reife. Und ehrlich gesagt, da sehe ich jetzt keinen so wahnsinnig großen Unterschied zwischen den beiden. Soweit ich weiß, darf man, bis man irgendwie 20 oder 21 ist, darf der Richter entscheiden, ob er nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht urteilt. Und da würde ich bei den beiden jetzt auch keinen riesen Unterschied sehen, muss ich ehrlich sagen. Nee, nee. Aber gut, ich war auch noch nie angeklagt wegen irgendwas. Ja, und ich war auch noch nie Richter, deswegen, also sei es drum. Aber ganz ehrlich, aber da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie geht denn das sozusagen weiter? Weil ich meine, ja, Oskar hat sich gestellt bei der Polizei. Die, finde ich, waren schon ganz schön ruppig, aber ist ja vielleicht auch okay, weil wieso sollten die jetzt dann so einen Schmuse-Kuschelkurs anfangen, nur weil so irgendein Typ ankommt und sagt, ja, ich stelle mich. Aber wie geht das jetzt weiter? Weil ich meine, also selbst wenn der, also er hat es ja offensichtlich überlebt, der Hausbesitzer, aber ich meine, nichtsdestotrotz, sie haben eingebrochen, sie haben ihn fast überfahren, was auch immer. Also das ist jetzt ja kein Kavaliersdelikt. Ich denke trotzdem. Und deswegen frage ich mich, was kommt da jetzt noch? Sozialstunden, meiner Meinung nach. Schon wieder? Würde ich drauf wetten, ja. Ja. Vielleicht muss er irgendwo ein Praktikum machen beim Rettungsdienst oder so. Ja. Das wäre ja auch mal wieder eine spannende Geschichte, wer weiß. Aber viel krasser fand ich es ja, dass Sam nur so getan hat, als würde es ihr so schlecht gehen. Was hat sie denn jetzt vor? Ja, von das fand ich so, weißt du, genau das ist, was ich zu Oskar meine, wo ich jetzt auch bei Oskar die ganze Zeit gewartet habe, ob da doch vielleicht sozusagen er sagt, he he he, ich tue bloß so. Weil ich habe nämlich, also ja, Sam hat es ja angekündigt, dass sie irgendwie, dass sie weiß, wie sie Oskar wieder zurückkriegt. Und dann habe ich sie aber kurzzeitig tatsächlich abgenommen, dass sie sagt, oh Oskar, mir geht es so schlecht und bitte hilf mir, ich brauche dich wirklich. Ich dachte so, ah okay, vielleicht ist sie doch gar nicht so böse. Und dann sagt sie so, ah, ich war irgendwie, Männer sind so dumm. Und dachte ich, oh nein, ich wäre auch drauf reingefallen. Ja, ich dachte es mir tatsächlich, ich habe es ja auch ganz kurz geglaubt. Oh, naja. Und wer mich richtig, wer mich richtig nervt, sind Luca und Cleo. Bah, ich mochte Luca so gerne. Und jetzt sind die so ein paar so, ja, so gut, dass du dich geändert hast. Wer baut denn so viel Scheiße? Mi, 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 mi. Ja. Guck mal Schatzi, hier die Matheklausur, du brauchst die Nachhilfe. Oh mein Gott, ich kotze. Ein Freund von mir sagt immer so, zu solchen Pärchen, so Dreckspärchen. So, wenn die dann nur noch, naja, wenn dann einer nicht mehr ohne den anderen und immer alles nur so heititai, das ist schon ein bisschen schwierig mit anzusehen. Das ist dann, wenn Leute nicht mehr ich sagen, sondern wir. Ja, eben. Weißt du, was ich meine, wenn Leute sagen, wir essen gern italienisch. Ja, genau. Ja, aber ist dir da aufgefallen, übrigens, in dieser einen Szene, wo Oskar sich bei den beiden dann entschuldigt, bedankt, dass sie ihn da so ein bisschen gerettet haben, das fand ich sehr, sehr, entweder vom Kostüm den geilsten Move ever oder großen, großen Zufall. Cleo hatte nämlich so ein Shirt an, das war so grün mit so Blumen drauf, die so pink und rosa waren. Luca hatte ein Shirt an, was so pink war und Oskar ein Shirt, was rot war. Also quasi haben die drei sowas von kleidertechnisch gematcht, dass es gar nicht mehr besser als im Bilderbuch geht. Das war wirklich so, oh mein Gott. Ja, Props ans Kostüm. Das ist fast schon so, wie wenn Leute so Pärchen das gleiche anziehen, so Matching Outfits. Auch ganz schlimm, meiner Meinung nach. Hast du gesehen, was dass als Cleo ist ja dann so, also Oskar hat sich entschuldigt und dann meinte Cleo, ja, ich fände es voll schön, wenn wir wieder Freunde wären und in dem Moment zieht Luca sie so zu sich ran. So wie, komm ihr nicht zu nah. Ach nee, das ist mir nicht aufgefallen. Okay, lass das mal schön, Kindchen. Also der war dann so, also der war dann so, ja, ja, lass uns ruhig Freunde sein, aber fass sie nicht an, komm ihr nicht zu nahe. So wie ich mir dachte, oh, jetzt musst du dir den Regier markieren. Naja gut, aber ja, okay, aber jetzt, also da will ich jetzt mal gar nicht mal strenger sein als nötig, weil ich meine ganz ehrlich, also Ausgangssituation von noch sehr kurzer Zeit war, Oskar hatte sich verliebt in Cleo und Cleo hat sich dann am Ende zwischen den beiden für Luca entschieden. Deswegen kann ich den Move im wahrsten Sinne des Wortes relativ verstehen. Ja, da hast du schon recht. Da würde ich auch machen. Da hast du natürlich schon recht. Würde ich schon markieren, sorry, that's mine. Einmal noch abschlecken, schnell. Das ist mein Spruch. Ja, da hast du natürlich absolut recht. Naja, also ich glaube ja, Samantha wird jetzt echt nochmal versuchen, Oskar in so eine böse Spirale zu ziehen und ich hoffe einfach, dass er jetzt, so, ich fand es schon gut, der gute Schritt war, dass er zu Ben gesagt hat, das war jetzt gerade Samantha, die angerufen hat und da schon mal ehrlich war und so. Ja, das stimmt. Ja, und ich bin, da bin ich gespannt, gibt es praktisch sozusagen die Luca-Bewegung, also dass praktisch auch Sam geläutert in den, in den Schoß der, der glücklichen Familien zurückkehrt oder sie doch irgendwie Oskar auf die, auf die dunkle Seite der Macht zieht. Bleibt sie der Bösewicht? Ich wissen es nicht. Das ist die Frage. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Man braucht ja immer Bösewicht. Ganz komisch und ich kann nicht sagen, warum ich mag sie irgendwie. Ich mag sie auch. Ich mag sie lieber als Cleo und das ist echt krass, weil die so viel Scheiße baut. Ja, ja. Aber trotzdem mag ich sie lieber als Cleo. Cleo nervt mich nur. Ja, ich auch. Ja. Vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken, was mit uns verkehrt ist. Ja, weißt du, Annika, vielleicht sollten wir einfach mal zum Psychologen und rausfinden, warum wir Sam lieber mögen als Cleo, weil ich glaube, so gesund ist das nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und übrigens, wenn wir einen brauchen, ich hätte da gerade einander angelt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Mach mal, lass uns, let's move on. Ach, ich habe so viel verpasst. Ja, the dating game is very strong. Ja. Ja, nice, girl. Ja. So, bevor es hier unsinnig wird, weiter, weiter. Genau. Und zwar mit dem lieben Oliver. Oliver, Oliver Korte. Der Oliver Korte. Der Oliver Korte, über den müssen wir reden. Genau. Und die Enten. Und Ivana. Ja. Übrigens, darf ich mal kurz an dieser Stelle was sehr Lustiges sagen? Also, manchmal kennst du das, wenn man sich so denkt, das Universum meint es gut mit einem. Wir ich, oder beziehungsweise wir beide, oder jedenfalls auf jeden Fall ich hatte mir doch so sehr diese Enten-Story von Marc weitergewünscht. Stimmt, ja. Und jetzt kriegen wir praktisch bei Olli eine Triple-Enten-Story. Also, ich finde es lustig. Markus hat dich gehört. Er hört. Markus, danke, danke, danke. Danke. Ich liebe Enten-Stories bei Köln. Ich war auch mal eine Ente an Fasching. Habe ich dir das schon erzählt? Nein, das hast du mir nicht erzählt. Hast du auch was mit Olli gehabt? Eine heimliche Nacht ohne Sex, wo er dich jetzt so unsterblich in dich verliebt hat und eigentlich dich sucht? Sucht Olli dich, Benita? Bist du die dritte Ente? Ich bin die Ente. Nein, ich war elf. Oh. Und meine Mama hat mich in der fünften Klasse in ein Entenkostüm gesteckt und fand es super süß. Okay. Und ich fand es auch erst eigentlich okay, sonst wäre ich ja nicht damit in die Schule, aber dann fand ich es sehr uncool, weil alle waren so Prinzessinnen und Piraten und ich war eine Ente. Pirat und alles sonst was und du warst Ente. Aber eigentlich ein bisschen süß. Also ich finde es niedlich. Naja, jetzt finde ich es auch ziemlich cool, aber erzähl das mal so einem halb vorpubertären Kind, dass es cool ist, eine Ente zu sein. Aber jetzt. Ja, aber ich finde gerade, da muss man Kinder so stärken. Sag du, ganz ehrlich, ja klar, alle sind irgendwie Sheriff und was weiß ich was, aber du bist Ente. Das ist so richtig gut. Ja, das stimmt. Ich war schon immer besonders. Ja. Okay. Weißt du was? Zurück. Nein. Die bunte Tüte hat ja auch ein Redesign bekommen, ne? Also ich erkenne ja schon die WG kaum wieder, aber jetzt hat die bunte Tüte noch so ein kleines Redesign, ne? Ja, Benita, kaum bist du im Urlaub, ist alles neu. Haben die komplett einmal umgebaut, das ganze Zeug. Mensch. Fühlt sich echt an, als wäre ich Jahre weg gewesen. Vielleicht haben wir irgendwie, vielleicht gibt es wie so im Universum, so schwarze Löcher und wir haben jetzt einfach mal so ein Zeitsprung. Drei Jahre. Oskar hat eine total Verwandlung erlebt, irgendwie die bunte Tüte, man weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist doch nicht so. Ich glaube, es ist einfach nur eine Woche vergangen. Ich glaube auch. Und genau, also Olli hat ja bei dem Date mit der Barbie, Ivana, erzählt er ihr ja, okay, ich mache Autos, ne? Ja. und natürlich will sie direkt, dass sie ihr Auto repariert und in dem Moment dachte ich, ehrlich gesagt, sie ist jetzt so ein Golddigger, weißt du? Ja, weil, weil ein Kfz-Reparateur, der, 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 hä? Nein! Wo ist die Story? Ja, natürlich, nee. Das dachten ja von Stella auch erst, nee, aber halt so, dass sie so ist, oh, okay, ich weiß ganz genau, ich bin attraktiv und der findet mich gut, dann lasse ich mir doch mal für Umme mein Auto putzen und reparieren. Ach so. Gott, in dem Zusammenhang klingt das auch sehr lustig, aber ist okay, ja. So war mein Gedanke. Aber dann dachte ich, nee, die steht echt auf den. Wohl wirklich und das wohl wirklich schon seit der Schulzeit und das fand ich so ein bisschen, ich würde so gerne da so ein bisschen mehr, ich würde gerne so Szenen von Olli aus der Schulzeit sehen, weil offensichtlich war er da total der Hengst und total der Beliebte und total der Supertyp. Ja. Jetzt wissen wir, wo er sein Selbstbewusstsein hat. Ja, erstaunlich aber doch irgendwie. Ich finde das auch total komisch und das Ding ist ja, sie hat ihn ja richtig krass verführt. Also eigentlich, was heißt verführt, kann man das ja gar nicht nennen. Sie ist in Unterwäsche gekommen und hat gesagt, lass uns den Whirlpool überspringen. Ja, das war mal sehr direkt. Also das ist eine Frau, die weiß, was sie will. Die hat Eier, sowas würde ich mich nie im Leben trauen. Ich bin immer eher so, ich habe zwei Sekunden Blickkontakt mit jemandem und erwarte dann, dass er weiß, dass ich ihn mag. Das ist meine Flirt-Strategie. So, wenn ich dich ignoriere, wahrscheinlich stehe ich auf dich, ganz ehrlich. Also funktioniert es. Ja, funktioniert wunderbar, Aber fandst du das gut? Fandst du das gut? Also ich fand es so ein bisschen, also, ja, oder sag erst mal, was du sagst, und du wolltest ja was, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag mal, was du meinst, und dann sag ich meine Meinung dazu, weil ich fand das ein bisschen strange. Ja, ich fand es ein bisschen plump halt. Also, ich fand, dass sie ihn dann so verführt hat, fand ich so ein bisschen, also war so ein bisschen okay, auf die Fresse so ein bisschen, aber ist ja okay. Das Schlimme, und ich, und dann haben die, hat die ganze WG es ja gehört, und ich dachte mir nur so, boah, ich freue mich ja so auf mein WG-Leben. In der neuen Wohnung sind Glastüren. Halleluja. Hm, das ist nicht nur sehen, hören, sondern auch, nein, jetzt ist es ein bisschen gruselig. Ich bin praktisch in Köln, dann. Also, ich werde alles mitbekommen, wie da jetzt in dieser Folge. Aber, ähm, was ich eben schlimm fand, war, dass Olli nach dem Sex aufgefallen ist, dass er am See damals gar keinen Sex mit der Ente hatte, und dann keinen Bock mehr auf sie hatte, nach dem Sex. Naja, naja, nee, 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 das ist ihm schon aufgefallen, als er es gesagt hat. Ganz ehrlich, der war da nur so schon mittendrin, statt nur dabei, dass er da nicht mehr aufhören konnte, oder auch wollte, würde ich behaupten. Na. Mir ist es schon aufgefallen, bloß irgendwie so, das ist halt, wenn es halt mal so, so richtig zur Sache geht, dann, glaube ich, ist es so, ach, ach, du warst es gar nicht, egal, lass trotzdem weitermachen. Ja, aber das war ja davor das Gespräch, bevor sie angefangen haben. Ja. Und dann war ich so irgendwie, ja, okay, das kannst du noch mitnehmen, oder was, fand ich ein bisschen arschig. Kann mir schon vorstellen, wie der in der Schule früher war. Ja, und ich, ehrlich gesagt, ich fand es halt nur so ein bisschen komisch, sie sagt, sie findet ihn so toll, oder fand ihn ja schon immer so toll, und dann, okay, erstes Mal ausziehen, okay, sei es drum. Aber sie war ja eher so ein bisschen nymphomanisch veranlagt, also sie wollte ja nur noch Sex, und hat auch die ganze Zeit doch in der Küche gesagt, Olli, kannst du noch ein bisschen was essen, mit ein bisschen mehr Eiweiß, und so. Also so ein bisschen so, was ist mit der Frau los? Danilo hat es gefeiert, äh, Toni, Entschuldigung. Toni hat es gefeiert. Ja gut, Toni hat es gefeiert, ganz ehrlich, stell dir mal vor, also jetzt mal umgekehrt, du bist jetzt demnächst mit deinen Mädels in der WG, und ihr habt auch so eine Situation, da würdest du ja auch mitmachen, und würdest sagen, ach, wie lustig, ja hier, äh, hier ist noch ein Steak, und iss mal. Weil es einfach so absurd ist. Ja, das stimmt, war schon ein bisschen absurd. Und deswegen, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, woran hat sie denn eigentlich Interesse? Also nur an Sex mit Olli, oder an Olli an sich? Also wenn sie ihn so gut fand, dann weiß ich nicht, warum, sie will sich auch gar nicht wirklich mit ihm unterhalten. Sie will eigentlich nur seinen Körper. Ja, aber ich fand, ich habe ihr das abgekauft, dass sie ihn wirklich irgendwie mochte, und vielleicht sie auch einfach so, der Typ ist, die denkt, so hält sie einen Mann mit Sex. Ja, das ist tatsächlich, also so hätte ich sie auch eher eingeschätzt, dass sie so denkt, okay, wenn ich einen Typen halten will, dann einfach nur machen. Und das Ding ist, Leo ist ja schon ein bisschen eifersüchtig. Das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, ja. Und Olli schießt die Ivana ja dann auch ab, weil sie nicht die Ente ist. Am Ende ist die Ente voll scheiße. Ich kann mir das einfach gar nicht mehr anders vorstellen. Ich glaube, sowas auch. Und dann kommt doch die, dann stellt er plötzlich, dann denkt er fest, oh, die allen Enten waren doof. Leo, du sitzt hier. Du bist eigentlich meine Oberente meines Lebens. Du bist meine Oberente. Geil. Ja, aber das Ding ist, da wollte ich auch noch mal eine kleine Diskussion mit dir anfangen. Weil, also er schießt ja Ivana extrem freundlich ab. Also so, hey, du bist eine tolle Frau, bla, 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 bla. Du bist super, es liegt nicht an dir. ich will, ich will, dass du jemanden hast, der dich so liebt, wie du es verdient hast, bla, 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 ja. Was ich vor allem nach einem One-Night-Stand schon sehr nett fand. Ja. Oh, jetzt habe ich kurz gehustet. Ja gut, sie haben ja auch Vergangenheit. Also es ist ja nicht so ganz One-Night-Standig, weil sie haben ja quasi, sie kennen sich ja aus Schulzeiten. Ja, aber trotzdem finde ich, hat er sie sehr, sehr nett abgeschossen. Das stimmt, ja, genau. Aber, jetzt die Diskussion und meine Frage an dich, liebe Annika. Ist das besser oder schlechter? Wenn du abgeschossen wirst, sagen wir mal, per, richtig asozial, per WhatsApp. Also assi, assi oder freundlich. Und dann wirst du per WhatsApp, WhatsApp abgeschossen, ist ja, sag ich mal, echt nicht die feine Art. Oder du wirst abgeschossen mit, du bist eigentlich eine Traumfrau, bla 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 bla, nur ich bin nicht gut genug für dich. So ungefähr nach diesem Motto. Was findest du besser und warum? Also sagen wir mal so, besser ist, besser ist, glaube ich, da die falsche Frage, was macht es demjenigen, der abgeschossen wird, leichter. Und da ehrlich gesagt, bin ich bei hässlich, weil, ganz ehrlich, wenn jemand, wenn jemand einen hässlich verlässt, dann kann man den wenigstens so richtig schön hassen, drüber lästern und sagen, was das für ein Arschloch ist. Wenn derjenige, dass du auf so einem Verständnis und du, gerade das, was du gerade gesagt hast, eigentlich bist du eine Traumfrau, wo ich mir denke, ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Entweder sagst du, ich bin eine Traumfrau, dann bin ich auch fucking mal eine Traumfrau. Und dann sagt man dich, aber nur leider nicht für mich. Ey, da kriege ich die Kretze. Deswegen, ganz ehrlich, dann mach es gleich, mach es scheiße, dann ist es völlig fein, weil irgendwie ist es ja dann eh vorbei, also was soll es. Also ehrlich gesagt, leichter finde ich es hässlich. Da bin ich total bei dir tatsächlich. Finde ich ja schön, dass wir uns einig sind. Ich sehe das genau gleich, weil ich auch das leichter finde, wenn man jemanden hassen kann. Wenn jemand dann immer noch so ein toller Typ für dich ist oder eine tolle Frau, dann ist das ja noch viel schwieriger, wenn du die noch liebst oder Gefühle für die Person hast. Ja, total. Aber Leute, das kommt auch, ja. Genau, sagt ihr doch mal, was ihr davon haltet. Findet ihr das besser, wenn man Schluss macht und super, super lieb ist und verständnisvoll und mit kuscheln und drücken und was weiß ich? Oder hör mich auf, ganz ehrlich. Wollt ihr lieber hassen? Wollt ihr lieber hassen? Ich finde, also ich würde das ja sehen wie so ein Pflaster. Lieber einmal schnell ratsch ab als so langsam und ganz zart und dann nervt, weil ganz ehrlich, aber gut, das ist vielleicht wahrscheinlich auch ich sozusagen erzähle, schließe ich zu sehr von mir auf andere. Aber wenn dann jemand so nett ist, dann denkt man, ich würde mir dann immer noch denken, ach, okay, jetzt hast du es herausgefordert, dann probiere ich das jetzt so lange, bis es doch vielleicht doch noch klappt und das tut es ja dann meistens dann doch nicht. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, absolut. Ja. Bin ich voll bei dir. Nee. Okay. Also bitte Belita und mich richtig hässlich verlassen. Oh, Belita. Ich kann gerade von niemandem verlassen werden. Also hey, aber Hey, komm. Yeah, aber ich habe eine Wohnung. Okay. Das ist doch auch viel verlässlicher als irgendwelche Typen, Belita. Ganz ehrlich. Das stimmt. Eine Wohnung verlässt mich nicht. Nee. Gut. Und bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, lass uns doch mal noch über Stella und Christine sprechen. die liebe Kiki. Ganz ehrlich. wirklich, also wirklich, das ist so, die macht mir Angst, die Frau. Mir auch. Also weil irgendwie diese, ich finde, die wirkt so psychisch labil. Ja. Und sie ist immer so, ach, verzeih mir, das tut mir so leid und das glaube ich ihr auch, dass ihr es leid tut. Aber wenn sie dann sich umdreht und sagt von wegen, okay, wenn du mich aus deinem Leben raushaben willst, dann nehme ich mir halt dein Leben. Das ist einfach gestört. in Frankreich schon habe ich das gesagt. Nur als du es mir erzählt hast, hatte ich es nicht mal gesehen. Hatte das ja schon befürchtet, dass das kommt. Und ganz ehrlich, das ist eine richtige, also wirklich jetzt gar nicht irgendwie, wie wenn ich immer sage, Psycho bei Lea so, ne? Ich meine, die ist wirklich eine Psychopathin. Ja. Richtig. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube wirklich und das meine ich und das ist auch überhaupt nicht böse, sondern ich glaube, es ist einfach nur eine sachlich nüchterne Feststellung. Ich glaube, die Frau hat ein psychologisches Problem. Ich glaube auch, dass die wirklich krank ist. Ja, das glaube ich auch. Und es ist ja auch verständlich und so, ne? Also man weiß ja, woher es kommt. Ja, es ist verständlich und ich bin auch selber gespannt, weil den Typen, den hast du ja noch gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob es die Exfreund ist, jedenfalls irgendjemand, dem sie Geld schuldet oder irgendwie so eine ganz komische Geschichte aus den letzten zwei Wochen. Also ich habe wirklich, 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 wirklich große Sorgen, dass das noch richtig eskaliert, weil, also die Zigarette, fand ich, als ich das schon wieder gesehen habe, die Woche, das ist so krass. Ja. Das ist so. Also das ist echt richtig krass, diese Symbolik, eine Zigarette auf dem Gesicht auszudrücken. Ja. Das ist, also vor der muss man, glaube ich, richtig Angst haben und mir macht das immer, auch in Filmen oder so, macht mir das immer so einen Grusel, wenn du weißt, dass die Leute irgendwie böse sind oder Psycho und du siehst so ihre Mitmenschen mit denen wohnen oder interagieren so und du weißt, Alter, die merken es nicht. rennen so, ne? Ja. Und du denkst dir das die ganze Zeit. Ja, und wenn dann auch noch so jemand wie Diego da dabei ist, ich glaube, der ist so, der ist, glaube ich, so der Herzensbeste Mensch, den es auf der Welt gibt und der immer in allen nur das Gute sehen will und auch kann. Ich glaube, das könnte echt noch schwierig werden, weil ich meine, diese Woche hat sie es ja schon praktisch anprobiert, indem sie sagt, er ist mein Freund und küsst ihn mal schnell und ich fürchte, dass der da noch, also bis der, ich glaube, bis Diego merkt, dass Kiki Psycho ist, glaube ich, das könnte vielleicht auch erst sein, wenn es zu spät ist. Richtig. Und gerade Diego ist ja auch ein bisschen naiv. Leider, ja. Und das, aber ich muss sagen, also das fand ich auch komisch, als diese Mobbing-Frauen kamen. Ja. Von früher. Und, ähm, Diego hat sich als Kikis Freund ausgegeben bei der Entschuldigungsaktion für Stella. Dachte ich mir so, hä? Als ob's, also was soll denn das? Das hab ich gar nicht verstanden. Also ich wurde in der Schule nicht krass gemobbt, aber ich wurde auch ziemlich gehänselt, als ich jünger war. Und ich würde doch jetzt... Weswegen? Ähm, naja, weil, also ich weiß es nicht so ganz genau. Ich war halt immer die Kleinste und da waren halt so ein paar, also da war ein älteres Mädel und die hatte auch so ein bisschen so eine Entourage, aber es war hauptsächlich eigentlich eine Person und die war ein bisschen älter als ich und ich war auch echt erst in der fünften Klasse, ne? Also ich war wirklich neu auf der Schule. Oh, wie fies! Und ich hatte so damals, ähm, viel Ed Hardy an, ne? Ja. Ich war so ein Ed Hardy Girl, weil es war ja damals auch wirklich cool und ich würde mich dafür, ich würde, ich stehe da auch dazu, ne? Also Leute, ihr könnt jetzt lachen, aber ich hatte Ed Hardy an. Und ich glaube, dass ihr das nicht so ganz gepasst hat, weil ich glaube eigentlich, sie war neidisch, jetzt im Nachhinein. Weil ich halt Ed Hardy anhatte und das war ja damals eigentlich relativ teuer und ich habe das auch so zum Geburtstag bekommen, das war voll das Riesending, dass ich so ein Topmal bekomme von meinen Eltern und ich glaube, sie war neidisch und auf jeden Fall hat sie mir echt immer, so weiß nicht, hat sie so an meinen Klamotten gezogen und mich rumgeschubst und war halt immer so, ja, Ed Hardy bringt dich nicht durchs Leben und war so richtig gemein, ja, wirklich. Die hat mir immer so, die hat mir auch dann auf, wir hatten so eine Community-Ding, hat die mir immer geschrieben und ja, also wirklich, das war echt, war echt auch, jetzt nicht krasses Mobbing, würde ich sagen, aber war schon, ich wollte die Schule wechseln. Sagen wir es mal so. Also ich finde schon, ich finde es überhaupt nicht verkehrt zu sagen, also das klingt doch nach Mobbing, also gerade wenn du sagst, du Erwägungen gezogen hast, die Schule zu wechseln, das ist schon, also das macht man ja nicht, weil heute Montag. Ja, das stimmt. Also das war schon und jetzt im Nachhinein, na, du kennst mich ja, ich bin natürlich ein toughes Girl und ich lache jetzt eigentlich nur noch über sie, aber ich habe ihr das auch nie ganz verziehen, glaube ich. Also das ist so jemand, mit dem ich jetzt nicht unbedingt Kaffee trinken würde und vor allem würde ich nicht angeben, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, mit meinem Freund vor ihr. Ich würde kommen und zu ihr sagen, Alter, guck mal, was ich für einen Job habe, was ich, was ich im, ich bin 24, mache mein Studium, so, ciao, girl, so. Ja, richtig. Das würde ich doch machen. Ich würde doch nicht kommen und sagen, guck mal, das ist mein Typ. Ich definiere mich doch nicht über Mann. Nee, natürlich nicht, aber das genau ist ja das Problem, weil sozusagen, die sprechen sie ja an und dann geht es irgendwie um Jobs, da kann Kiki irgendwie nichts sagen, weil sie bislang nichts erreicht hat und dann denkt sie sich, okay, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass ich einen total hoten Boyfriend habe und dann greift sie sich Diego. Ich finde es nicht gut, ich kann den Move aber nachvollziehen, weil, was will sie denn sagen? Also außer wenn sie jetzt schon wieder sagt, okay, Job habe ich nicht, Freund habe ich nicht, weiß ich nicht, läuft halt gerade nicht, dann ist sie schon wieder in so einer Opferrolle und das will sie den Mädels nicht gönnen oder bieten und deswegen sagt sie, ja genau, deswegen hier mein hotter Boyfriend. Also ich finde es nicht gut, gar keine Frage, aber ich kann es nachvollziehen und deswegen finde ich es auch gut und korrekt, dass Diego mitspielt. Ja. Weil ich glaube, er hat das total durchschaut. Ich verstehe es auch, dass er mitspielt, aber natürlich finde ich, geht der Kuss dann halt echt absolut zu weit. Richtig, aber das ist einfach Kiki, weil wie Stella ja selber auch sagt, irgendwie die weiß halt nicht, wo Grenzen sind. Also man kann ja, ich finde absolut in Ordnung, wenn man sich mal positioniert oder auch mal vielleicht ein bisschen drüber über irgendwas ist, aber ich finde schon, dass man immer noch ein Feingefühl oder Fingerspitzengefühl haben muss, so was so geht und wo es jetzt wirklich zu viel ist. Ja. Und das hat Kiki halt irgendwie nicht. Die ist so, das ist so. Ja, klingt halt psychopathisch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Na, weil zum Beispiel bei der, bei dem, bei diesem, bei dieser Probestunde mit dieser Kundin von Stella, bei dieser, bei diesem Fitnessgeschichte, ich habe schon das Gefühl, sie will ihr eigentlich ja die ganze Zeit sagen, du, ich bin das gar nicht. Ich bin nicht Stella. Und dann die Kundin ist aber so euphorisch und labert und labert und labert, bis sie irgendwann sagt, ja gut, dann sage ich halt, dass ich Stella bin, weil ich glaube, sonst würde ich es nur noch schlimmer machen. Da hat sie mir fast ein bisschen leid getan. Ja, die hat es ihr nicht leicht gemacht. sie wollte es eigentlich gar nicht. Das stimmt schon. Nee, die hat es ihr nicht leicht gemacht. Und ich glaube, deswegen glaube ich, ist man schnell mal auch in Situationen, die man gar nicht haben will. Aber wiederum, das wie gesagt mit der Zigarette und wo sie dann sagt von wegen, gut, dann nehme ich mir dein Leben. Das ist sehr willentlich und deswegen, also da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Also das ist dann nicht mehr, uh, ich konnte gar nicht anders. Doch, doch, du kannst schon anders. Und ich glaube, ich mache mir auf jeden Fall echt, ja, du hast schon, ja, ja, gut zusammengefasst. Ich mache mir echt ein bisschen, ich mache mir einfach echt Sorgen und verschließe so ein bisschen die Augen, so wie im Horrorfilm, wenn du denkst, nein, geh nicht allein vor die Tür. Ja, naja, und vor allem, wir wissen ja von Paulina aus der letzten Woche, aus dem Interview, dass sie auch gesagt hat, das wird richtig krass. Ja, übrigens, sehr gutes Interview, Annika. Ich habe es natürlich angehört. Ja, hast du ja angehört? Ich wäre sehr gern dabei gewesen, muss ich sagen. Ja, es war auch wirklich, es war wirklich sehr, sehr nett. Also, ich muss wirklich sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwie, ich fand gerade bei Paulina ist wirklich so interessant, so, weil ich da schon so einen Unterschied zwischen einer Stella und einer Paulina klar gesehen habe, also bei den meisten, die wir bislang interviewt haben, auch. Aber gerade da, habe ich mir gedacht, okay, das sind schon einfach, also das ist schon für sie ganz klar eine Rolle und das andere ist halt sie selbst oder ihr Leben oder wie man es sagen möchte. Aber das fand ich spannend. Ja, wirklich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht, euch zuzuhören. Genau. Und was ihr euch ja immer noch wünscht, ist, dass Maria Loporto mal in den Podcast kommt. Und das wünsche ich mir allmählich auch. Ich tatsächlich auch. Allmählich möchte ich auch selbst runterschreiben. Maria Loporto, bitte. Weil, ja, hallo, habt ihr uns gehört? Weil wir müssen ja mal echt darüber sprechen, also das muss ja echt schwierig zu spielen sein. Diese ständige, also du hast mir ja schon erzählt, okay, sie ist die letzten Wochen ein bisschen ausgerastet durch die Hormone. Diese Woche war sie ja dann mit dem Spiegel so super abergläubisch und dachte, wenn der Spiegel da jetzt nicht liegen bleibt, äh, bringt das Unglück und bla bla bla. Und das muss ja so hart sein, sowas, also diese Story beeindruckt mich ja sowieso, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. und das würde ich auch gerne mal mit ihr besprechen. Total, also eben auch dieses abergläubisch-Geschichte. Bist du abergläubisch? Nee, gar nicht. Außer beim Fliegen. Na, weil zum Beispiel das, beim Fliegen bin ich ein bisschen. Was kann man da machen oder was ist, was, weil, was, was passiert oder was glaubst du oder was ist da, was ist da, oh mein Gott, ich glaube, nur mit dem linken Fuß einsteigen oder was ist. Ich glaube, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Das weiß ja wirklich keiner über mich. Bitte, Benita, Benita, du erzählst es nur mir. und ein paar anderen Leute. Das hört uns ja kaum einer zu. Ja, also, wenn ich Auto fahre und es zum Beispiel regnet ganz stark, also sage ich mal, eine gefährlichere Situation ist als normales Auto, ich fahre ja sehr viel Auto, ich bin ja ganz lange gependelt oder eben fliegen, was man ja auch nicht so oft macht, dann habe ich den Aberglaube, dass wenn ich mir vorstelle, also wenn ich kurz darüber nachdenke, dass was passieren könnte, also weißt du, wenn ich so denke, hm, okay, der Unfall könnte jetzt passieren, ich weiß, ist ein bisschen krank, dann passiert es nicht. Also, du glaubst, wenn ich darüber, wenn du darüber nachdenkst, dann passiert es nicht. Genau, ich denke so, okay, du hast jetzt kurz darüber nachgedacht, also es ist super unwahrscheinlich, dass es passiert. Ich denke, eher sowas passiert, wenn man nicht damit rechnet. Deswegen rechne ich immer damit, dann passiert nichts. Echt? Ach, das ist lustig, das geht mir ganz genau eher umgekehrt, dass ich mir denke, okay, wenn ich zu sehr über Dinge nachdenke, die passieren könnten, dann ziehe ich die quasi so wie magisch an und denke mir so, okay, wenn ich mir zehnmal denke, okay, es könnte jetzt so und so passieren und dann dies und dann das, dann passiert es nur, weil ich daran gedacht habe. Deswegen denke ich mir so, nicht dran denken, nicht dran denken, einfach nicht dran denken, dann passiert es auch nicht. Man soll es ja dann nicht, sag ich mal, herbeivisualisieren. Ich weiß auch nicht, ich habe das auch sonst nicht, sonst bin ich da auch eher bei dir, bei Dingen, dass ich mir eher dann vorstelle, wenn ich will, dass es passiert oder andersrum, verdränge, wenn ich nicht will, dass es passiert, aber beim Fliegen und gefährlichem Autofahren oder jetzt, wenn ich in ein U-Boot steigen würde oder so, würde ich mir vorstellen, was passieren könnte und dann hätte ich kurz Angst, aber dann wüsste ich, es passiert nicht. Okay, okay, naja gut, aber das ist dann ja, das ist sozusagen, dann bist du quasi selbst dafür verantwortlich, dass da nichts passiert. Genau, praktisch. Okay. Na, weil es zum Beispiel mit dem Spiegel, ja, Entschuldigung, bitte, ja, bitte, bitte mehr. Ja, nee, genau, das mit dem Spiegel zum Beispiel, das wäre jetzt nichts für mich. Okay, weil das fand ich, also das, ich habe mir diese Woche eher gedacht, oh, danke Köln, du hast mir was beigebracht, weil nämlich mit dem Spiegel, das weiß ich schon, ein Spiegel geht kaputt, sieben Jahre Pech, aber ich wusste nicht, dass man das Ganze heilen kann, indem man ihn einfach sieben Stunden lieben lässt. Das wusste ich auch nicht. Ich bin jetzt total beruhigt, weil das denke ich mir jetzt, okay, jetzt kann jeder Spiegel der Welt kaputt gehen, dann darf man einfach sieben Stunden nicht anfassen und dann offensichtlich ja schon und dann ist alles wieder gut. Deswegen, ich habe mir eher gedacht die Woche, oh, vielen Dank Köln, jetzt geht es mir in meinem Leben besser. Fun Fact mit Köln. Weil jetzt kriege ich keine Krise mehr, wenn ein Spiegel kaputt geht. Genau, ich habe diese Woche gelernt, also ich wusste das, ich wusste, dass wenn man schwanger ist, dass man keinen rohen Fisch essen darf, aber warum auch immer, in meinem Kopf war da einfach Sushi nicht drin. Und warum auch immer, ich habe da halt einfach nicht drüber nachgedacht. Und Sushi ist ja mein absolutes Lieblingsessen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Und jetzt überlegst du dir, dass du vielleicht doch nicht schwanger werden willst. also wenn ich jemals schwanger werde, das wird richtig schlimm für mich. Ja, Benita, dann kann man nur hoffen, es gibt noch, es gibt Leute, die haben glaube ich so eine Toxoplasmose, was auch immer, die können das nicht bekommen und dann glaube ich, kannst du auch alles roh essen. Dann darfst du auch Wurst und Fisch und alles essen. Ja? Dann musst du zu den wenigen Ausnahmen gehören. Ja. Okay, vielleicht gehöre ich ja zu den Ausnahmen. Aber das war mir, das war so mein Aha diese Woche. Ich war so, krass, stimmt. Ich darf dann neun oder zehn Monate lang kein Sushi essen. Ciao, Ole. Eieieiei. Ich fand es eher ein bisschen schlimm, ehrlich gesagt, dass die beiden, also Freddy und Jill haben ja gewettet, weil Jill sagt nein, Freddy sagt ja schwanger und dann, ich meine, also Freddy geht davon aus, dass Sophia schwanger ist und sagt dann aber sozusagen, seine Konsequenz ist nicht so, wow, Moment, 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 ich glaube, du bist hier schwanger und du isst hier gerade rohen Fisch und du trinkst hier Alkohol, sondern eher so, boah, ich glaube, Sophia ist die schlechteste Schwangere, die ich kenne. Ja, stimmt. Entschuldigung, das fand ich ein bisschen, das ist so Freddy-like, wo ich mir denke, Freddy, ganz ehrlich, wie alt bist du denn? Also, wenn es dann wirklich ernst ist, dann ist es nur mal einfach deine Verantwortlichkeit zu sagen, Entschuldigung, Sophia, vielleicht, wenn du schwanger bist, dann bitte isst es nicht oder dann würde ich zumindest sagen, wenn man schwanger ist, sollte man es nicht essen oder was auch immer, aber sozusagen sich das nur mit anzugucken, weil wenn sie wirklich schwanger wäre, dann wäre das unter Umständen wirklich ein Problem und deswegen fand ich das wirklich fahrlässig. Ja, das stimmt. Also, das fand ich auch ein bisschen so, wo ich mir dachte, das ist so irgendwie typisch Freddy und Jill. Versuch halt, eine Schwangere zu überreden, Sex zu trinken. Wow. Ja, ja, so ein bisschen doof. Das stimmt, das war tatsächlich doof. Naja. Aber, was ich witzig fand, war, dass Freddy dann am Ende ja verloren hat, weil Jill gesagt hat, ja, okay, ich hatte recht, sie ist nicht schwanger, sie hat ja Sekt getrunken und er dann strippen musste für sie. Mhm. Es sah ein bisschen interessant aus, was er da so fabriziert hat, aber okay. Wie er an dieser Lampe geklebt hat, also. Ja. Ja, also ich verstehe es auch nicht, warum sie nicht einfach abwarten, bis Sophia sagt, sie ist schwanger und wir erfahren ja schon, dass es nächste Woche anscheinend gar nicht mal so gut ausgeht, ne? Naja, wir wissen, Blutungen muss ja eigentlich immer noch nichts heißen, das ist ja so ein bisschen, ich glaube, das könnte auch normal sein, aber ja, es könnte auch einfach eine Vorbote von, es gibt erstmal doch kein Kind in der WG sein. Bei Köln könnte natürlich sein. Wahrscheinlich würde ich auf Letzteres tendieren. Normalerweise hast du natürlich recht, man kann auch Blutungen in der Schwangerschaft haben, aber bei Köln würde ich dann dazu tendieren, dass das eher was Negatives bedeutet. Bisschen mehr Drama, Drama, ich befürchte es ehrlich gesagt auch. Aber das werden wir nächste Woche sehen. Dann fehlt dir das nur noch? Ja. Freddy fehlt noch, also wir haben ja gerade schon kurz über ihn geredet, aber, und darauf freue ich mich ja sehr. Also, eigentlich habe ich Freddy aufgeschrieben, aber ich glaube, das war Quatsch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich musst du andere Namen aufschreiben. Eigentlich hätte ich Nick aufschreiben müssen, aber habe tatsächlich erstmal gedacht, okay, es geht vielleicht um Freddys neue Jobsuche. Da merkt man manchmal, wie sich die Storys so entwickeln, weil, ähm, natürlich geht's zwar, bewirbt sich Freddy im Vanity und wird da ja dann auch durch, äh, diesen ausgefuchsten Plan von Nick, ähm, kommt er da rein, aber eigentlich geht's, glaube ich, darum, dass Paco Nick ein Kuss-Smilies schickt. Richtig, richtig, richtig gut finde. Ich glaube auch. Und dann habe ich mich erst gefragt, ist das so ungewöhnlich, schicken sich Jungs keine Kuss-Smilies? Ja, eben, das fand ich eben auch so, oh, okay, wahrscheinlich ist das irgendwie, einer von beiden hat ja auch gesagt, von wegen, naja, irgendwie, weiß nicht, ist nicht so ganz Emoji-fest oder sowas. Ähm, offensichtlich. Ja, aber das, ist das so ungewöhnlich? Also eben, keine Ahnung, deswegen Jungs da draußen, also ich, also, keine Ahnung, also bei uns Mädels ist es normal und wenn ich Benita sowas schicke, dann weine ich nicht, Benita, äh, weiß ich nicht, äh, let's get to bed, sondern einfach nur, Benita. Ach nicht? Nein, Benita, es tut mir leid. Sondern einfach nur, Benita, hab dich lieb, viele Grüße, tschüss. Ja, also das habe ich, oder auch einfach so, ey, danke, mashallah, ich küsse dein Auge, Habibi, so, weißt du? Ja. Hm. Ja. Aber, also das war dann ja wohl dem Nick ein wenig unangenehm, weil er hat ja dann doch sehr diskutiert, so, okay, ich schicke ihm jetzt eine Bro-Fist und so und Lea denkt ja auch, Paco steht auf Nick. Ne, genau, aber sie muss es ja auch ein bisschen noch mehr wissen, weil Paco hat ja sie gefragt nach der Handynummer von Nick und ich meine, je nachdem, was er da so gesagt hat und wie er es gefragt hat, kann sie natürlich sozusagen ein bisschen mehr wissen. Und, ähm, ich muss ja sagen, ich finde das, unfassbar cool, dass bei Köln jetzt so oft LGBTQ plus ein Thema ist. Ja, und vor allen Dingen, erinnerst du, ich meine, ich möchte dich nur mal zurückerinnern, als wir Nick im Interview hatten, hat er ja gesagt, es wird sehr spannend um ihn und ich sage dir, das ist das, ich sage dir, das geht dahin. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass es um Sexualität mal wieder geht. Glaube ich auch. Und zwar Bisexualität, Homosexualität, glaube ich auch. Whatever, und I'm here for it, wirklich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Mega. Ja, ich bin auch tatsächlich, weil Nick ist ja echt eigentlich eher so mega, der Frauenheld, also ich finde es immer ein bisschen fast schon lustig bis süß, weil er ja wirklich, jede Frau, die gefühlt, die nur einmal nett anschaut, schon schockverliebt ist. immer so, ja, diese Woche wieder, bei der Ivana. Ja, mit dieser Ente da, ja, genau, wirklich so, oh, du bist aber eine schöne, ja. Ja, man kann ja auch beides schön finden. Ja, ja, absolut, absolut, aber jetzt eben, weil er ja so schockiert reagiert, als er diesen Kuss-Smiley bekommt von Paco, hm, jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, deswegen, also ich bin auch sehr gespannt, cooles Thema, auf jeden Fall, ich freue mich, wenn die Story so weitergeht, wie wir das vermuten. Wir wissen es ja nicht. Wir spekulieren ja nur. Klar, und wiederum, aber, und ich finde wiederum, also ich hoffe, dass es in die Richtung geht, weil, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es gibt schon wenig unangenehmere Sachen, als wenn so unverhoffte Liebe, weißt du, wenn so jemand auf jemanden steht und der andere das so gar nicht erwidert. Das ist sad, das ist very sad. Da hast du recht. Deswegen hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja. Und Paco wäre ja auch ganz schön, muss man dazu sagen. Ja, süßer Typ auf jeden Fall. Also, könnten wir auch mal wieder gebrauchen, gebrauchen. Wirklich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird nicht langweilig in den nächsten Wochen. Ja, ich wollte gerade schon wieder sagen, auf jeden Fall. Dann dachte ich so, wow, das hast du jetzt gerade viermal hintereinander gesagt, Benita. Auf jeden Fall, Benita. Kannst du noch podcasten oder nicht? Annika, lass uns zu unseren Kategorien kommen. Bitte. Fangen wir an mit Gewinner und Verlierer der Woche. Ja. Who is it? Mein Gewinner ist sehr kontrovers, das ist nämlich Oscar. Was? Oh Gott. Also, wir halten fest, heute hat Benita Oscar zu ihrem Gewinner gekürt. Leute, bitte, 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 jetzt nochmal langsam. Benita hat Oscar zum Gewinner gekürt. Das ist quasi wie, für mich gerade heute jetzt, wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern an einem Tag, weil, it's touching my heart. Das ist in 32 Folgen immerhin schon dreimal oder so vorgekommen. Ja, aber irgendwann liebst du ihn auch noch. Ich sage es dir. Ja, und das liegt einfach daran, dass, erstens, ich super froh bin, dass ich das Drama anscheinend größtenteils verpasst habe. Also, ich war einfach so, oh puh. Und zweitens, dass er jetzt am Ende eben für seine Fehler echt gerade steht und ehrlich ist und so und damit punktet man bei mir immer und deswegen ist er mein Gewinner. Okay, das finde ich interessant. Und deiner? Das geht mir die Woche ein bisschen zu weit, deswegen, das ist mir zu viel des Guten. Mein Gewinner der Woche ist Maike, weil ich finde es so ein bisschen süß, wie so, sie so ein bisschen so unvoreingenommen in diese Liebesgeschichte da rangeht und irgendwie so, sie will da, sie sieht da nichts Böses, will da auch gar nichts Böses vermuten. Okay, am Ende der Woche ist so ein bisschen beef bei den beiden, aber ich sage dir, das renkt sich wieder ein und deswegen finde ich so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, weil ich gerade so. Aber sie ist schon sehr naiv auch. Ja, aber ich finde es süß. Die birgt für den und kennt den kaum und so, ich finde es ein bisschen naiv. Ja, aber ich finde es nett, weil sie glaubt so an das Gute und ich meine, ist jetzt sozusagen, ist man weniger naiv, nur weil man mehr Lebenserfahrung hat und dadurch ein bisschen älter ist, weiß ich nicht, aber so, also ich sage mal, wenn Freddy und eine Jill das machen würden, dann würde ich wahrscheinlich selber sagen, oh, sind die doof und bei der Maike finde ich es so ein bisschen, oh, putzig. Deswegen Maike, Maike ist meine Gewinnerin. Na, okay, da werde ich dir nicht mit dir diskutieren. Nee, und ich sage dir, beim Verlierer könnte ich mir vorstellen, schön sind wir uns einig. Glaube ich auch. Ja. Kiki. Kiki, richtig. Ich glaube, da brauchen wir nicht mit der Weiterdiskut drüber sprechen. Ganz ehrlich, die Frau ist einfach der absolute Negativkracher. Ja, also wenn man da anderer Meinung ist als wir diese Woche, dann bitte schreibt uns, weil ja, dann ist man, dann hat man, dann ist man selbst. Auf die Begründung bin ich gespannt. Ich auch. Sagen wir es mal so. Ich auch. So, dann kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie. Wer hat es gesagt? Ja, war bitte. Ich will raten und ich will auch unbedingt, dass du rätst. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du ruhig an. So eine Frau wie dich habe ich noch nie kennengelernt. Deshalb muss ich jetzt gehen. Auf die Tour. Das hat Vince gesagt zu Maike. Das war so lustig, weil ich finde, es war in der Situation so, es hätte niemanden gewundert, wenn er jetzt plötzlich geht, weil ich dachte schon so, oh nein, jetzt haut er schon wieder ab. Und dann merkt er aber selbst, macht er so ein Späßchen selbst drauf. Auf die Toilette. Das fand ich sehr lustig. Ich habe mir viel Freude gemacht. Ja, aber dann ist er halt wirklich gegangen. Ja, okay. Das war dann ja aus anderen Gründen. Das war, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Alles klar. Ich habe zwei Zitate. Ja. Aber es ist praktisch zwei zum Preis von einem, weil es die gleiche Person gesagt hat. Aber ich fand es beides witzig. Okay. Nee, andersrum. Es sind die zwei gleichen Personen, aber es ist praktisch auf einmal die eine und einmal die andere Person gewesen. Okay. Ich starte einfach. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. Und du hast Jura studiert, damit du das weißt? Hä? Okay, weiter? Ich verstehe überhaupt nicht, wovon du redest gerade. Und das andere Zitat ist, Maschallah, die Welt sieht bald wieder gut aus. Oskar. Das hat Oskar gesagt zu Samantha. Ja. Und im Umkehrschluss hat also das erste Zitat Samantha zu Oskar gesagt. Also sozusagen ist dein Doppelzitat ein Oskar-Sam-Doppel-Gemoppel-Zitat. Ja, genau. Ah, geschickt. Geschickt, sowas hatten wir noch nicht. Ja, ne? Ja. Habe ich mir mal richtig gut. Ich bin Fuchs einfach. Richtig. Schon das erste hätte ich nicht erraten, das zweite habe ich erraten. Also ich habe ich so halb recht. Ich hatte erst das erste und fand es schon witzig, aber als er dann gesagt hat, Maschallah, die Welt sieht bald wieder gut aus, musste ich richtig lachen. Ja, das stimmt. Ein Zitat. Oh ja, Jugendsprache. Ich lieb's. Ich seh's, ich seh's. Was ich auch sehr lustig fand, das war so, wo Mike sagte, ey, zu Diego, ey, lass doch das Bier stehen, ich trinke beide. Das fand ich lustig. Ja. Ja, wirklich. Man fühlt sich schon jung und hip, wenn man sich das angewöhnt, so zu reden, ne? Lass uns mal schnell zu nächster Woche kommen. Bitte. Also was passiert nächste Woche? Kiki vergiftet Stella oder zumindest mixte sie irgendwelche komischen Tropfen irgendwie in den Kaffee und ich mache mir große Sorgen? Ja. Sophia hat Blutungen, da mache ich mir auch große Sorgen. Haben wir leider schon gesagt und Schläger kommen ins Kühn. Genau, beziehungsweise das Kühn wird ausgeraubt. Sieht auch ein bisschen so aus. Ja, aber also dadurch, dass es in so unmittelbarer Zusammenhang hier mit Winz war, habe ich so ein bisschen Sorge, dass das da irgendwie mit zu tun hat. Ja, ich weiß schon. Da hast du die Ermittlerschnauze ganz weit vorne, glaube ich. Ja. Oh, bitte nicht. Aber jedenfalls mache ich mir Sorgen und... Hat nicht mal irgendjemand gesagt, er wünscht dir eine Mafia-Story? Das hat doch Toni gesagt. Toni hat doch gesagt, er wünscht... Toni hat das gesagt, Danilo hat das gesagt, ja. Vielleicht klappt... Vielleicht hat Danilo sozusagen sich reinschreiben lassen als Mafia-Boss und jetzt plötzlich macht er dann so auf Mafia und er presst das Kühn. Naja, es ist ein bisschen weit geholt. Genau. Ist okay. Ich glaube, es ist nicht so. So, liebe Annika, möchtest du unserer lieben Zuhörerschaft erzählen, wie es nächste Woche denn bei uns weitergeht? Oh ja, und das müssen wir auch noch erzählen. Ja, genau. Also nächste Woche... Leute, es tut mir leid, nächste Woche mache ich quasi auf Benita und nächste Woche werdet ihr Benita mit dem Markus mal wiederhören. Also es war ja auch auf viel gesagten Wunsch, sagt man so nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hattet ihr gesagt, dass ihr gerne nochmal wieder den Markus hören möchtet und deswegen... Deswegen haben wir die Annika in den Urlaub geschickt. Genau, deswegen habt ihr mich in den Urlaub geschickt. Ich gehe in den Urlaub. Ich werde nach ins wunderschöne Dänemark entschwinden und genau, bin nächste Woche deshalb ich persönlich raus. Aber übernächste Woche machen wir dann quasi wie mit Benita eine Art Urlaubsfolge, wo Benita mir einfach erzählt, was los ist und ich dann dieses Mal ganz entspannt mich zurücklehnen kann und einfach nur sagen kann, ah, interessant, ach, wirklich? Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich fand die Folge mit dir sehr lustig. Und bis, genau, das war auch für mich sehr entspannt, also gönne ich dir das von ganzem Herzen. Danke. Ich werde dich vermissen. Ich meine, das ist ja jetzt, wir sehen uns, also wirklich, Leute, wenn das jetzt aber rum ist, die nächsten zwei Folgen, dann geht's ganz normal weiter mit Kaffee auf Annikas Sofa. Endlich, endlich. Und wir freuen uns sehr darauf, aber wir gönnen auch jetzt der lieben Annika ihren wohlverdienten Urlaub. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß in Dänemark. Dankeschön, dankeschön. Schick mir viele Fotos. Mach ich. Poste mal was auch in unsere hier Köln-Story. Ja, mach ich gerne, dann seht ihr, also ich weiß ja nicht, ob ihr alle schon in Dänemark wart. Warst du schon mal in Dänemark, Benita? Nee, tatsächlich nicht. Okay, echt schön. Ja, hier ist viel Wasser, ist schön. Geil. Also, wirklich schick, schick viele Bilder rüber. Poste was und Leute, bleibt uns treu in unseren Urlaubsfolgen. Vielen Dank für euer ganzes Feedback. Denkt dran, abonniert uns auf Spotify, YouTube, macht die Glocke an, und bewertet uns doch mal wieder auf Apple Podcasts, iTunes Charts, Dingsi da, kann man uns bewerten. Da sind manchmal sehr süße Sachen drin, die ich immer sehr gerne lese und ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Neues zum Lesen, also bewertet uns und folgt uns auf Instagram, köln50667, der Podcast. Genau, und schickt uns da wirklich gerne Nachrichten, also wir haben, glaube ich, doch wir bekommen immer wieder Nachrichten, also immer und immer regelmäßig, gar keine Frage, aber ich liebe eure Nachrichten. Also, wenn wir auf Instagram Direct Messages bekommen, ich feiere das, weil es einfach so, so, so süß ist und ihr, also da gibt es wirklich Leute, die machen sich richtig krasse Mühe, die machen so eigene Wochenzusammenfassungen oder sonst was. danke übrigens. Richtig cool, also danke, danke, danke. Danke dafür, dass du uns eine Wochenzusammenfassung gemacht hast. Und auch die Urlaubswünsche. Zwei oder drei Leute haben wirklich uns mitgeschrieben, was jeden Tag passiert ist. Wie krass seid ihr denn? Danke dafür. Ja, und auch eure Urlaubsgrüße, letzte, vorletzte, wenn auch immer Woche waren, das war sehr süß. Also deswegen danke, danke, danke und also wir freuen uns nicht nur über jetzt 5000 plus Insta-Abonnenten, sondern einfach, weil es echt eine coole Sache ist, mit euch nochmal so auch mal ein bisschen in den Austausch gehen zu können. Deswegen weiter, weiter, weiter und wir schreiben auch immer zurück. Und wir können ja gar nicht mehr ohne euch, sonst würden wir euch ja nicht mit in den Urlaub nehmen. Eben, tatsächlich, also Leute, wenn ihr wüsstet, weil wir hatten ursprünglich mal gedacht, natürlich, wir machen eine Sommerpause, ein bisschen länger, weil ich meine, jeder muss mal in den Urlaub, aber wir tatsächlich, sehr spontan haben wir uns jeweils dafür entschieden, dann doch auch im Urlaub Podcast zu machen. Tja, so weit ist es schon. So weit ist es gekommen, das macht ein bisschen süchtig, ist ein bisschen therapeutisch. Ich habe heute sehr viel von mir erzählt. Bitte Leute, erzählt es nicht rum, ja. Und damit verabschieden wir uns für heute. Dann habt einen schönen Tag, schönes Wochenende und wir hören uns. Bis bald. Bis bald, bye bye. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020